Intelligente elektronische Helfer sind auf dem Vormarsch in die privaten Haushalte. Für frischgebackene Eltern kontrollieren intelligente Funkwindeln den Flüssigkeitshaushalt des Babys. Die ebenso intelligente Funkbabyflasche zeichnet selbstständig auf, wie viel Nahrung das Kind zu sich nimmt. Und die elektronische Funksocke dokumentiert die Lebensenergie des Babys. Den Eltern werden diese Informationen mitsamt Auswertung und Empfehlungen via Funkchip, WLAN und einigen Zwischenstationen schließlich per Funk auf deren Smartphone oder Tablet übermittelt. In unserer Sendung Hochbegabte degenerieren zum Homo technicus wiesen wir auf die Gefahr hin, dass diese intelligenten Geräte die Eltern von ihrer natürlichen Wahrnehmung und treffsicheren Intuition und somit dem inneren Draht zu den eigenen Kindern entfremden. Zwischenzeitlich erhielten wir Zuschriften, dass nebst der Degeneration zum Homo technicus noch weitere sehr gravierende Gefahren im Zusammenhang mit den intelligenten Windeln, Babyflaschen und so weiter lauern. Diese intelligenten Helfer basieren allesamt auf der digitalen Mobilfunktechnik, einer gepulsten, hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung. Diese ruft auf lange Sicht gravierende Gesundheitsschädigungen hervor. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits im Jahr 2011 Funkstrahlung in die Liste der krebserregenden Stoffe aufgenommen. Laut Recherchen des Mobilfunkspezialisten Ulrich Weiner werde von internationalen Versicherungskonzernen das Risiko der Mobilfunkstrahlung auf das gleiche Niveau wie ionisierende, das heißt radioaktive Strahlung gestellt, also auf lange Sicht gesehen als schwerst schädigend eingestuft. Wenn nun bereits Babys durch die intelligenten Funkwindeln, Fläschchen, Socken und dergleichen im Verbund mit WLAN und Smartphone permanent dieser aggressiven Strahlung ausgesetzt werden, dann verheißt dies nichts Gutes für ihr Gedeihen. Die bereits frühkindliche Dauerbestrahlung kann laut Mobilfunkspezialist Ulrich Weiner zu Entwicklungsstörungen, Wachstumsstillstand, Nervenschädigungen und Krebs führen. Damit entlarven sich die vermeintlich intelligenten Helfer als bare intelligente Killer. Gewiss würden Eltern diese niemals ins Haus lassen, wenn sie durch Industrie und Politik umfänglich über solch ungeheuerliche Gefahren aufgeklärt würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.